Die Regierung hat im Vorjahr so viel Geld wie noch nie für die Pflege des eigenen Images ausgegeben. Laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des BZÖ summieren sich die Kosten für Inserate, Plakate, Broschüren und ähnliches auf knapp 36 Millionen Euro, fast ein Viertel mehr als die Ausgaben im Vorjahr. Ab nächstem Jahr muss die Regierung diese Zahlen übrigens jedes Quartal offenlegen.